Das letzte Wochenende war natürlich super, denn wenn man vier Starter hat, drei Sieger und einen platzierten, dann darf man sich nicht beschweren. Beschweren darf sich höchstens das Pferd, was platziert war, denn der muss gleich wieder ran. Orihimi läuft am Sonntag in Saarbrücken in einem Verkaufsrennen und die Aufgabe sieht wesentlich leichter aus als das Rennen in Dortmund, sodass wir ihr gute Chancen einrechnen. Mit nach Saarbrücken fährt Liane, bei der haben wir ja noch was gut zu machen und es ist ein Versuch, ob sie das Wegbrechen auch links rum macht. Wenn das nicht der Fall ist, denke ich, wird sie eine gute Chance in Saarbrücken haben. Und der letzte im Bund ist der eigene, Albert Dissen, er war ja zweimal platziert und das Rennen sieht für ihn günstig aus. Und danach geht es nach Hamburg und die Starter folgen dann. Halt zum Bein. Und dann geht es nach Hamburg. Untertitelung des ZDF, 2020